SILVER 2 Der Ranker ist... Ich hab Karma in der Mitte Ich hab mir irgendwie schon gedacht, dass ich... Dass es nicht sowas wie... Äh... Karma und so irgendwie... Ne, keine Ahnung, egal Ich will das negativ immer noch nicht Wieso wollen die denn Vollidot kriegen? Die haben nicht mehr geknallt dabei Da haben wir schon Ja gut Und umso besser Ja gut, wenn ihr nachher auch Volibear hier... Wie heißt die Schönste nochmal? Oah... Da kommt einfach der Full-Adi Alistair Mach die Ulti an und kriegt 70 Adi Zack, Kessel So, so, so... Oh Gott Oh Gott Gang wird kacke Ja man, die haben Volibear Sssssssss Die haben... Die haben Karma und sohna Die sind... Äh und... Karma und... Ja doch Karma und sohna, die sind so schnell unterwegs Na und? Nicht wenn ich die hoch Ja dann nicht Dann schmeißt du mir in den Endstand zu, dann schmeiß ich die in euch rein Und dann... Immer schön hochwerfen Den Rest mach ich schon Ich kann auch nur einen hochwerfen Wir bräuchten den Rest Ich kann alle da Ich kann alle hochwerfen Kannst du noch backen Nein, das zahlt das hochwerfen Ja ich weiß, das ist mir schon klar Die Sin-Ult gilt auch als hochwerfen Alles was die Gegner bewegt Also alles was die Gegner bewegt Ja Abgesehen von Thorns und so Ähm, ist das eigentlich Ding? Adi-Carry oder? Adi-Carry? Adi-Carry, Adi-Carry Adi-Carry Muss nicht sein Doch Das ist, das macht Sinn Weil Adi-Carry so Adi-Carry schreddern kann und die wollen halt den... Nichts stimmt Aditi das Ding ist halt... Adi Akali hattenäs wegen Adi-Carry und Abram Ach, bin echt froh Das ich nicht gegen Karma muss, ey, ich wär im Arsch Ja ja, also Adi ist das echt daran Ja Top Ne, also... Gegen Karma, egal wie Scheiße die wär, die würde mich kaputt machen können Das ist einfach nichts, was ich dagegen machen können aus Wornhitten Wenn ich's mal schaffen würde Ja Ne, das ist ja dann n��ste Problem Rant, also, Bonn Hitten, also wenn ich es schaffe, sie zu Bonn Hitten, dann kann ich einfach mit Flash engagen. Wenn ich es allerdings nicht schaffe, sie dann zu töten sofort, dann komme ich dann auch nicht mehr weiter ran. Hey Alex, ich habe es geschafft, meine Todemeins mit Korki runterzusetzen, um ein... Pschuuu! Pschuuu, mach die Rolle, mach die Rolle, mach die Rolle, war uns Korki nicht schlecht? Trotz gleich Korki. Baaah! Ne, Ali ist mit. Gut, Kramer. Alles, das soll trotzdem top sein. Botfekt, ja, Botfekt, Dominic, ja, Botfekt, ja, Botfekt, mit Tfekt nicht wie Land. Mhm. Dann haben wir Sona, Karma, Botfekt. Ja, das ist wieder auf jeden Fall auf AP. Der Karma auch. Ja, wow, das ist ja auch sehr besonders. Karma auf AP, nee, das ist ja so neu, ja auch. Ja, gut. Einfach nicht so... Könnte sein, dass der Ali auf Ding ist, äh, hier. Der Ringer geht auf Wollschel und dann tankt. Er versucht mich halt vom Nars-Zitten abzuhalten, indem er sein Headbutt auf mich macht. Sagst du nein? Der hat einen richtig hohen Krüger. Bringt ihm nichts. Bringt ihm schon was. Aber viel ausmachen tut das auch nicht. Oh, ich... Mein Redmuff, wo... Gehst die? Nee, noch nicht. Nein, nein, nein. Was ist das? Sag mir, wenn du drauf gehst. Der Rang ist da, ne? Pass auf. Rang ist hier irgendwo. Der hat, äh, vor Liffel, äh, seine Ferocity ist voll. Haben Sie raus? Nein, die Minions. Fuck to shit. Wow, so ein Rückenpest. Ich will mal kurz warden, weil ich hoffe, dass ich noch relativ akkursiv bin, dass der Rang kommt. Ich würde Top-Line aufpassen, vielleicht kommt der. Nee, der ist auf dem Weg nach oben. Na, der kommt wieder zu mir. Ach, der Rang ist doch zu mir gekommen. Komm, geh zu mir. Dann holen wir uns den nochmal, den Rang. Fuck. Ja, aber ich glaube, mein Heal war ganz safe bei dir. Oh, nee. Nicht daher. Hast du mich gehealt? Ja, ich habe Healer eingesetzt. Oh, zum Glück, sonst werde ich gestorben. Eben. Ich habe auch noch alle... Ich habe vergessen, dass meine Post hier vorhin außerdem raus ist, weil ich kann Pock sie nicht. Ist Ignat drauf? Okay, die haben wir. Okay, ich hab's nicht. Ich hättet sie noch nachher. Egal, jetzt, 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 raus. Nicht. Oh, je, 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 je. Alter, schritte, du. Zu spähen. Ja, recall gleich. Ja, da war gerade leider ein Alice da auf dem Weg hierher. Achso, okay, okay. Habe ich nicht gesehen, da ist er. Ich helfe dir da nicht, er könnte mich auch mit durch mein Schild one-hitten. Spiel auf AP, deswegen. Alter, die kriegen so viel auf die Fresse, aber komm immer weg. Warte wie so, ne? Ich hab halt die Ding, die Karma exhaustet, weil ich doch von der mehr Schaden erwartet hab. Oh man, ich konnte nicht beißen. Schade. Aber wir haben bei Weitem ein stärkeres Team und sie spielen alle auf AP außer Renga, also easy. Wer weiß. Ja genau, jetzt kommt die Full AD Sona, oder? Ich merk immer, AP Sona bringt nicht, ich will AD Sona. Einzige Champion außer Renga, der noch magischen Schaden macht, Stakali, also... Danke Alistar. Der war mit seinem Zirtelleben geblieben, oder was? Ja. Ja. Da müssen wir ja mindestens mal hier gesehen haben, als ich angelaufen kann, als ich angelaufen kann, ich mal Verträgter und beschreiben. Oder wenn? Ach, jetzt hat Alice da oben schon auf den ersten Buben. Ach, der auch so. Ich könnte sagen, dass der Renga so auf die Topo abgesehen hat. Ach so, no what? Sondern soll ja, wenn der Renga vor Ulti gankt, dann ist er tot. Wenn er mit Ulti gankt, dann ist sein Ulti hundertprozentig mega verbuggt, ne? Dann hackt er, dann hackt er. Ja man. Ja, ich muss mir ja gegen Akali den komischen Wort offen. Auf dir am besten gleich Magieras ist schuld. Alinus. Ok, ja, mach ich. Stimmt. Weil du kriegst so auch die Fresse. Wirst du schon weggehen? Oh no. Ok, ich hab achtet. Wirst du mich verarschen? Ah, der bekommt einfach ein Level-up während ich den angreif. Ja, das wird doch nix. Fuck this system, I want to get level up. Der hat sich Level-up gehackt. Der hat sich Level-up gehackt. Der hat sich gleich Level-up gehackt. Der hat sich gleich Level-up gehackt. Oh, oh. Boah, der Sonderlot hätte den getöset und neun Level-up. Egal. Ja, lass backgehen jetzt. Wirkliche als sowas von nicht, egal wie gefühlt der ist. Also, soll ich mit das Börs-Eitem auf die Welle ins Schuhro? Ja, alles bis zum Möte. Ja, alles bis zum Möte. Dank. Ich bin Pink-Cott mit. Wird jetzt... Mal. Wollt ihr die Lantren zuwerfen? Wollt ihr die Lantren zuwerfen? Ja, bleibt, ey. Wie lange? Keine Ahnung, verstehe ich auch. Noch nicht, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Erst kurz bevor die Lantren aus den Ranges. Ja, wir sind ja alles nur mit mir töten. Wir haben schon... Stopp noch? Wer macht jetzt seine Ult? Ah, Alter. Wie lange ich da bitte gestunt bin. Die Börs-Eitem ist blöd. Die Börs-Eitem ist blöd. Die Börs-Eitem ist blöd. Wollt ihr mich eigentlich verarscht? Die hat mich... Ganz ehrlich, hey. Wie lucky kann man eigentlich sein? Der hat mir zweimal mitten im Jump... Äh, hat er mich abgebrochen. Oh lol. Alter, schon wieder. E-Gneiderau... Nee. Du hast E-Gneiderau... Mitten im Jump! Zweimal! Kannst nicht einfach ein normaler Top-Liner sein? Der Top-Liner schon mit mir kämpft und dann kommt der Jungler und gankt mich und dann kämpfe ich mit dem auch. Nein. Maaan. Warum sind die Teamfight... Also die... Die Spiele im Team ranken immer so seltsam. Keine Ahnung, wie meines kommt. Man... Man invadet einfach so... Wieso invadet man überhaupt? Das bringt einem nie was. Kommt doch an, wie dumm die Gegner finden und ob sie reagieren. So, ich mach mal Red Buffs, dann komm ich top, denk ich mal. Da ist Rengel da. Da ist Rengel da. Da ist Rengel. Oh mein Gott. Pauli Mauli, alter. Der Rengler. Hat der Ulti? Ja, der hat geult. Ich dachte, ich hab Tauscher, dann krieg ich es doch richtig sch... Hätte einfach weg springen sollen. Lief ihn mal rein. Äh. Äh. Der hat mich halt mit der Bola gestern. Oh shit. Alter Schwede, kotzt mich das jetzt? Ich halte mich sofort instant. Zu low, das kannst du machen. Die Zone hat keine Ahnung. Ja... Ja... Ja, das hat kaum zu gut. Aber spring nicht zu weit. Da ist ein Tower hinter dem. Du wolltest ja nicht beißen. WTF? Gehst du vor, um zu gucken und kannst nicht back in? Boah, geht doch einfach steuern, Alistar. Meine Fresse! Wenger war Mitte gewesen, Versorgung. Okay, gut. Ey, während der Ulti... Ich hab meine Ulti eingesetzt, der hatte so überhaupt kein Leben mehr. Weil er in dem Moment geultet hat, der hat einfach nicht mal 100 Leben abgezogen bekommen. Von der Fähigkeit, die über 300 macht. Ja, das bekräftet der 80% weniger, oder wie viel? Die Hälfte, so weit ich weiß, aber er hat halt auch Rüstung und so. Und deswegen hat er wirklich nicht mal 100 abgezogen. Musste ich halt flashen. Alistar, Alistar! Oh, geil, Alistar! Ja, der hat sich teleportiert, der hätte grad tot gewesen. 30 Sekunden habe ich auch TP, aber ich denke nicht, dass es was bringt. Das will nicht klappen. Pass auf, geht er weg. Ich hab mir da kein Gemahner, Mann. Boah, Bulli kann ich meinen Blue-Buff haben. Ich hätte, das wäre das Fantasy, das ist voll geil. Blue-Buff? Ja. Wenn du kein Problem mit hast. Ja, nö, ich dachte, du bin rausgekommen. Und die Diven. Ah! Ah! Die haben alles rausgehauen. Ich hab dir gesagt, du sollst gehen, aber du wolltest hier bleiben. Die Sona Olds war 50 pro. Oh. Der letzte Cut mich halt rausgekickt. Ich wusste, dass der kommt. Kannst du da hingehen direkt? Mindest mal Ward platzieren, dann kann ich auch kommen. Wie viele sind das denn? Ich denke nur Rengar, vielleicht noch Karma oder so. Oh, vorne auch. Aber Kali kommt auch noch. Einfach rein rennen und... Also ich kann smiten. Der hat die Scheiße gesmited, verwundert. WTF? Wie ist der bitte schon wieder top? Achso, der war... Ich dachte gerade, der wäre bei Drake dabei gewesen. Nein, nein, nein. Der hat sich nämlich gerade Bot teleportiert. Ich dachte, der hat sich jetzt schon wieder teleportiert oder sowas. Mein Gott, ich hab erst einen Exhaust aufgekommen. Akali, ja toll. Pfff. Die Akali geht doch nicht los. Oh mein Gott, ich hab erst einen Exhaust aufgekommen. Na, da kannst du nix machen. Das hat Natali, wie gesagt. Ja, super. Bis...